Da hast du grad, hast du grad come on gesagt? Ja, come on. Come on, baby. Everybody too much? Schnipp, schnipp. Was? Ach verdammt, ich hab die Dings in der Truhe. Ich hol mir da mal ein paar Blätter. Oh. So. Und zack, 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 zack. Also dieses Geräusch, wenn man die Leiter runtergeht, ist schon gewöhnungsbedürftig. Warum? Also ich hab mich da mittlerweile schon dran gewöhnt, das ist halt... Das ist wie so'n Ritter. Wie so'n Ritter. Das war so'n Ritter. Wie so'n Ritter. Wie so'ne Plattenrüstung. Ja, so was'ne Art. Wie die sich im Film wohlgemerkt anhängt, hört sich den echt nicht so an. Ich find das geil, es gibt einen Film, da sind die auf dem Schlachtfeld, und dann haben die so'n Metallrüstung an. Dann fängt's an zu regnen und dann hörst du auf der Rüstung wirklich den Regen, dieses, äh, dieses, äh, Klatschen auf der Rüstung. Das find ich so nice. Hört sich echt so cool an. Oh Schafe, gib mal Wolle hier. Gib mal Wolle hier, Alter. Gib mal Wolle hier, Alter. Gib mal Wolle. Gib mal Wolle. Du Stress. So, mach ich mich mal wieder auf den Heimweg. Oh. So. So. Oh, scheiße. Vielleicht doch. Ah, ich hab keinen Platz mehr. Aha. Deswegen hab ich Truh. Da hast du einen Ton. Truhen. Drogen. Drogen. Drogen, genau. Drogen. Oh, sie nimmt Drogen im Klo weg. Was? Und so. Wie mach ich das denn? Hast du mein, hast du auf Facebook mein Unboxing Video gesehen? Unboxing. Unboxing. Ne, da war's. Unboxing. Unboxing, ja. Unboxing. Das coole ist der Satz sogar noch falsch im Video. Nein. Doch. Gleich mal haten. Ich hätte so viel da drunter schreiben können und ich hab nur so ne Minute geguckt. Oh, Lehm. Wie. Ich hab davon grad drei Sticks geformt. Ja, alle sind sie jetzt in L.A. So, jetzt brauch ich Schilder. Was? Alle sind sie jetzt in L.A. Ach so, ja, ich hab keine Ahnung wieso, ich hab's nur gehört und gelesen. Ähm, die machen, die bleiben da, soweit ich das weiß, bleiben zumindest, äh, Walle und und so, die bleiben da so drei, vier Monate. Ach so, schon wieder? Ja, ganz lange. Und dann, äh, kommen auch noch andere mit dabei und so, ja, ja. Also so wie letztes Jahr. Nur halt länger, doppelt so lang. Dreimal so lang, viermal so lang. Die bleiben wirklich bis, 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 weiß ich nicht, Juli, August. Ja, bestimmt noch, inklusive E3. Jaja, das so oder so. Dieses Jahr im Juni. Ich denke mal, da werde ich mal übernächstes Jahr oder so mal hingehen. Werde ich mir schon mal für die Tickets sparen. Für den Flug. Hm. Und Hotel, boah, das arme Geld. Ja, muss ja nicht unbedingt Hotel. Ja, wo denn Straße? Es gibt ja auch Jugendherberge oder so. Es muss ja nicht immer ein Hotel sein. Du musst ja... Also auf die Straße gehe ich nicht, ne? Du musst ja nur schlafen können. Aber ich weiß nicht, ob ich für dich mitbezahlen kann, Mausi. Ich weiß gar nicht, ob ich es da auch hin will, ne? Deshalb. Erde, Stein. Und Eisenbrich. Oder was? Aber unsere Liebe nicht. Scheiße. Hätte ich das lieber nicht gesagt. Ja. Hätte ich das lieber, hätte ich damit erst gar nicht angefangen, wäre jetzt das Problem. Okay. Ach, und Kies könnte ich hier nicht tun, genau. Kies. Kies Fletcher. Kies Fletcher? Hm? Wird es wieder dunkel oder sehe ich das nur so? Sind denn wirklich schon 10 Minuten rum? Meine Fresse. Wann hast du hier mal 8? Ja, und dann kommt die Dämmerung. Ah, so. Also 8 Minuten, dann 2 Minuten Dämmerung, dann wieder 8 Minuten, dann wieder. Und schön Slime. Wegen Sumpf oder was? Ja. Bei wegen Rosenblätter und so. Also ich dachte, die kommt immer nur in den Höhen oder so vor. Nein, eher Sumpfgebiet. Ach so. Ja. Ach stimmt, jetzt kann ich hier ja weiterbauen. Jetzt sind die ganzen Zombies ja weg. Und ich kann Holz holen. Noch sind die Zombies weg. Ja. 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 Ich bringe sogar zwei Eier mit. Ja. 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 Das ist mir mal wieder klar, dass du wieder was anderes interpretierst und sowas. Was? Nein. Ich wollte jetzt nur so anmerken, ob die für sie, ob die für dich sind. Ja, dann habe ich vier Eier. Also. Sicher? Ja. 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 Ich kann mir das so gut vorstellen. so ein paar wirken setzlinge setzen sind direkt vor die haustür da muss ich mir so viel latschen ich wollte euch einfach nur erschrecken ach so ich dachte du wärst von einem schade ich doch was von einem viech oder so angegriffen nein dann hätte es bestimmt schon aus der ferne gehört und so wie vorhin genau was ich weiß es nicht ich sehe seinen armen auch nicht mehr ich auch nicht das war das zweite ich bin und so ganz kurz so zwei sekunden was war das und dann stehst du da war ganz scheinheilig was ich von dem haus hast du das gemacht warte ich bring's weg was denn kannst du bitte aufhören alles zu singen was ich irgendwie summe entschuldigung ich verfüge über ein breit gefächertes repertoire ich weiß wenn du wenigstens singen könntest auch armes tut tut dafür gibt es noch mehr so serios warum lässt du dein pferd eigentlich draußen machst du dir keine sorgen nö wenn es tot ist wenn das pferd tot ist er ist auf dem zaun gesprungen dann hier drauf was das geht ja wie geht das ich zeig dir warum könnte er so weit springen das ist ja fast wie eine kapsel das kann so hoch springen das hat halt was alter jetzt sehe ich wieder seinen arm nichts los so ich brauche ich brauche schon wieder böcken weil das gibt es doch nicht sind die bäumchen schon naja da ist schon ein bisschen was gewachsen also langsam kriege ich hunger echt oder spielen äh echt wir können ja gleich eine kleine aufnahmepause machen und dann weitermachen auch gleich zwei stunden gleich zwei stunden gleich haben wir zwei stunden voll ich muss erstmal anders hinsetzen können wir nämlich eine kleine aufnahmepause machen dann kann ich nämlich dann mir was im backofen schieben und dann können wir nachher nämlich weitermachen wahrscheinlich ist meine freundin dann schon irgendwie wieder am schlafen ne ich habe morgens 2. stunde ach ja dann passt das dann kann sie ja noch bis 0 Uhr machen gut du hast erst zur zweiten also ja das heißt ich kann nur 45 Minuten länger laufen ja das ist doch immerhin etwa der ist viertel vor acht viertel vor acht ich habe morgen frei ich auch ich habe mich abholt habe ich zu null ich habe mich abholt habe ich zu null und steuern oh ich habe es im 6 aufzustellen du machst du es schon wieder ja sonst ist alles komplett hierher ja hallo das ist so intens sonst hallo du der hat ... denn ansonsten noch eine Tasse im Schrank ja ja alle borde alle borde alle beide alle zwei alle beide hallo ballej bleah wats Ich glaube, du hast nicht nur alle Tassen im Schrank. Echt? Weiß ja nicht. Ich habe vorher nachgezählt und es waren nicht alle da. Echt nicht? Nee. Das ist ja doof. Du wirst verfolgt. Warum hast du mein Pferd? Was? Warum hast du mein Pferd? Wo? Was macht dein Pferd hier? Was macht das Pferd hier? Willst du mich besteigen? Ja. Mit dem Pferd, weißt du? Das Pferd will ich besteigen. Ja. Ich war ja immer schon ein Tier, lieber Mensch. Definitiv. Aber sowas von. Definitiv. Ha 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 ha. Ha ha, der war schlecht. Du hast ihn gesagt. Definitiv. Oh, der war jetzt nicht besser. Für dich war der besser. Nein. Ah! Ah! Was? Was? Was machst du da? Nix. Äh, kann das anbrennen? Nein. Sonst würde ich das so nicht machen. Alter. Fällt mir nicht so in Panik. Ach so, kann ich das eigentlich lassen? Mhm. So. Ja. Ja, 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 ja. So ist der, so läuft der Hase. Ach stimmt, ich wollte ja, ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Hahaha. Mein Arsch tut weh. Ja, meiner auch. Ich wusste mich auch gerade erst mal ein bisschen umsetzen. Hat jemand etwas Birkenrohholz? Birkenrohholz? Äh. Also zwei Stück. Also ich leider nicht. Mm-mm. Mm-mm. M avecnel bidhone.